You know I'm really feeling you Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog Ich bin gerade in Stuttgart gelandet Es ist noch nicht mal 8 Uhr Ich bin heute um 4 Uhr aufgestanden Und wir haben gestern erstens zwei erschlafen gegangen Also ich habe vier Stunden geschlafen Ich werde die nächste Nacht auch nur vier Stunden geschlafen Ich bin in Stuttgart gelandet Und bin hier für die Glow Ich gehe nämlich heute zum allerersten Mal auf die Glow für einen Tag Und ich dachte ich vlog das mal in der Sam Ich sitze gerade hier am Flughafen Bei der San Francisco Company Company Aber hier gibt es kein Starbuck gerade Ich bin ja sonst mehr so der Starbucktrinker Und warte eigentlich Weil ich bin zwar Glow Pro Aber man kommt erst um 9.30 Uhr rein Das heißt ich muss noch eineinhalb Stunden warten Ich habe nichts zu tun Und alle anderen die ich halt kenne die kommen Landen vor allem erst um 11 Uhr Beziehungsweise die kommen am Zug glaube ich alle aus München Das heißt die sind einfach erst in drei Stunden da Ich kenne niemanden Und warte zuerst mal Ich bin sehr gespannt auf den Tag Heute Abend geht es auch schon wieder zurück Ich lande um 11 Uhr wieder in Berlin Und am nächsten Morgen geht es um ich glaube 7 Uhr oder so Auch schon wieder nach Malta Aber da wird es dann auch nochmal in separate Antwort geben Awww ich habe gerade so ein süßes Mädchen getroffen Und ihre Mama die gehen auch auf die Glow Und wir haben uns gerade zu hinterhalten Bisschen liebe Grüße an dich Ali Steff Als es ist das so süß Ich habe mich sehr gefreut dich kennenzulernen Ich mag sowas so gerne und die war so hübsch und niedlich Ich bin stich sehr so aus dem 11 Jetzt ist es inzwischen 10 vor 9 Ich gehe einfach um halb 10 schon einfach hin Und muss jetzt mich dann irgendwo hin Oder quatsch irgendwann an oder mal sehen So ich glaube es ist gerade zu Glow Und da vorne ist quasi das Messegelände Und ich will immer noch alleine Love it So ich bin jetzt auf der Glow Hallo Ja die habe ich ab dem Kaffee getroffen Und das habe ich schon heute erzählt Und wir sitzen in der Glow drinnen Und ich glaube wir sind da Dich ja von Stand zu Stand Und gucken mal was hier so ist Ne? Das hat die Märchen gebastelt Die anderen Mädels kommen dann irgendwann später erst an Deswegen sind da Dich ja unterwegs Ne? Juhu Ich habe ja auch schon richtig viele Sachen bekommen Ich muss ja später erstmal aussitzen Bevor ich in den Krieger gehe Hast du das bekommen? Awww Awww ich habe gerade ein Gommi-Berchen bekommen Weil dieses Jahr hat sie eine riesen Goodie-Bag bekommen Da ist so viel drin Und jetzt sind wir gerade in einem Moms-Lounge Weil Alisa jetzt immer mal geschminkt wird Ich habe gerade mit der Paula telefoniert Die hat eben ein Problem mit dem Zug leider Aber die ist auch in einer Stunde ca. da Und es wird halt jetzt richtig, richtig voll Am Anfang durften irgendwie nur Platin-Ticket Leute rein Und jetzt dürfen irgendwie mehrere rein Aber es ist echt ganz cool Es sind halt ganz viele Stände Und man kriegt ganz viele Sachen Und kann ganz viele Sachen kaufen Und das ist sehr interessant Gegen 12 Uhr muss ich dann zum Deichmann-Stand Und das sind halt ein Gramm Die Alisa hat gerade eine Palette bei Essence zusammengestellt Und die wird jetzt hier gerade zusammengebrimelt Ich weiß nicht Ich war ein bisschen alleine unterwegs Aber ich muss sagen Ich bin hier ein bisschen overwhelmed Es ist sehr viel los Es sind sehr viele Kinder die schreien Und umbrennen Also es ist halt ein bisschen viel gerade Und ich warte jetzt halt gerade auf die anderen Deichmann-Girls Aber ich muss sagen Good up an jeden, der hier Meet & Greet hat Das ist glaube ich echt ziemlich krass Ja, ich bin hier gerade ein bisschen überfordert Hallo! Ich bin nicht mehr alleine Ich habe sie abgeholt Mein Kind Wir gehen jetzt ein bisschen rum Wir haben noch ein bisschen Zeit Und um 13 Uhr treffen wir uns mit den anderen Deichmann-Stand Wir schauen uns mal ein bisschen nachher Ich kenne es halt schon die ganze Halle Aber Paula ja noch nicht Jetzt gehen wir zu Essence Ah, okay, dann gehen wir zu Essence Checken Dani Ach schon, wir wollen in diese Lounge Ja, okay Genau Paula chillt ein bisschen Es ist hier oben in der Cosnova Lounge Also Pancatrice, Essence und Loft Der LOB, keine Ahnung Ihr seht mal, wie viel hier los ist Es ist echt komplett voll Wir sind jetzt gerade so ein bisschen höher gelegen Und chillen so ein bisschen in der Lounge Guten Tag! Sie sind Miss Bern Coquinello da? Haben Sie einen Termin mit mir? Ja, da steht dann richtig chill los Ansonsten müssen Sie bitte an meinen Manager werden Den Manager, den gelben Stuhl Ja, der ist gerade auf Toilette Ich habe jetzt mal gerade was zu Essen geholt Ich habe jetzt hier ein paar Visitenkarten eingesammelt Weil ich hier eben auch ein bisschen unruflich von groß Ich habe Kontaktknüpfe Und Goodies bekommt man hier eh ohne Ende Ja, aber ich kann eh nicht so viel mitnehmen Weil ich halt fliege und ich brauche eigentlich nicht so viel Und es ist auch langsam ein bisschen leerer geworden Oh! Ich habe keine Freude verloren Das ist übrigens die Anni Ja, eine Blöcke an das Mädchen Jetzt gehen wir wieder zu Leichmann Und in zwei Stunden gehe ich dann auch schon wieder zum Flughafen circa Oh mein Gott, hier ist so viel los! So, ich habe jetzt hier gerade meinen Beutel gepackt mit Sachen, die ich mitnehme Und hier ist der Beutel mit Sachen, die ich nicht mitnehmen kann für einen Flieger Die nimmt die Paula für mich nach Hause mit Weil sie eben Zug fährt nach München wieder zurück natürlich Da ist aber auch ganz schön viel drin jetzt Ich bin jetzt gerade kurz draußen in der Halle Weil hier ist es jetzt mal kurz ruhig Und ich wollte kurz alle Sachen sortieren mit den Goodiebags und so Und in einer Stunde geht es dann auch schon wieder los Für mich zum Flughafen, für die anderen zum Zug Und dann fliege ich heim leider mit Layover in Frankfurt Ich komme leider wirklich erst spät wieder nach Berlin Aber mein Kopf ist zum Glück schon gepackt für mich, ja? Mir geht es auch viel besser oder so Es wird auf einmal dann irgendwann leerer Oder wenn du dann halt jemanden hast, der da auch ist Das ist ja alles ein bisschen angenehmer, als wenn du dann so alleine da rumhängst Es war eine Zeit lang wirklich so eine coole Beforderung da Ich habe auch immer noch Feueraugenringe Naja, aber es war ein sehr cooler Tag Ich habe auch viele von euch getroffen Und mit euch Fotos gemacht Ich habe mich sehr gefreut Ich werde mich dann glaube ich später wieder Wenn irgendwie irgendwas passiert Oder ich zum Flughafen gehe Gut, also wir sind jetzt raus Ich mache mich gleich offiziell auf den Weg zum Flughafen Ich habe jetzt meine Sachen so geordnet, dass alle Flüssigkeiten gut verpackt sind und so Und wir werden jetzt noch kurz ein paar Bilder von der Paula machen Und dann will ich mich zum Flughafen begeben Ich muss auch mal überlegen, was ich heute Abend, also was ich generell esse Weil ich habe bis jetzt so eine halbe Portion Asienbrun gegessen, die echt ekel waren Und eineinhalb Rezen Morgen habe ich einen Abend, der so fettig ist und der andere ist so voll Ja, der trägt ja auch noch eine Tüte für mich mit Mit allen Sachen, die halt mehr als 100ml haben Oder so Deo oder Haarspray oder sowas kann ich alles nicht mitnehmen Radio Energy hier Glow over and out Draußen ist so, so, so schönes Wetter Ich ärgere mich voll, dass ich den schönen Tag in der Halluleiter verbracht habe Also der Tag war an sich cool, aber Ich mag das nicht, wenn man so schönes Wetter verschwendet, ne? Ah, wie geil Es ist halt auch richtig schön hell Und ich gehe zum Flughafen und mache natürlich die Security Und mein Schuh geht schon wieder auf Ich habe so Lust auf Pizza, ne? So eine richtig geile, leckere Pizza Aber wir schauen Es war ein sehr, sehr cooler Tag auf jeden Fall Aber schauen echt Puh, da war schon echt viel los Ich bin jetzt in Frankfurt gelandet Und ich habe im Flughafen jemanden etwas kennengelernt Und zwar eine Bloggerin aus Serbien Willst du dich dazu vorstellen? Ah, ja Hallo, mein Name ist Jenny Ich bin eine Influencer aus Serbien Und wir haben uns gerade kennengelernt Und sie ist so cool, also Awww, danke Ich fühle mich auch Ja, und jetzt warte ich gerade auf meinen Anschlussflug Es ist so komisch, die ganze Zeit zwischen Englisch und Deutsch zu wechseln Halleluja Ich war doch am Flughafen Wir wollten fragen, ob du Starbucks warst Und ich habe die einfach auf Englisch angequatscht Wir haben mir seit einer Stunde in Englisch reden Ja, aber ich war jetzt auf meinen Anschlussflug Und dann geht es endlich nach Berlin Aber der kommt halt erst so in einer Stunde Aber wir sind jetzt mit meinem Geld Ja, bevor wir zu meinem Update So, ich bin jetzt zuhause Philipp und ich waren noch bei McDonalds Und es war so geil Und ich gehe jetzt schlafen Und beende den Vlog an dieser Stelle Und beginne dann morgen der Neuen, wenn es nach Malta geht Ich hoffe es hat euch gefällt, wenn ihr glaubt ein bisschen dabei gewesen zu sein Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne abonnieren Dann verpasst ihr auch mein nächstes Video hoffentlich nicht Dann bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Vielen Dank.